Herzlich Willkommen zu Seer European TV. Ich darf hier sehr herzlich begrüßen Klaus-Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BAIWA AG und zugleich Präsident der Industrie- und Handelskammer in Oberbayern. Herr Lutz, die Bundesbank hat heute ausgerechnet, der Ausstieg vom russischen Gas kostet 180 Milliarden Euro Deutschland. Zugleich haben wir gestern gehört vom Bundesrepublik AD, Herrn Gauck, der fordert einen sofortigen Ausstieg aus russischem Öl und Gas angesichts des Ukraine-Krieges. Was ist der richtige Weg für Deutschland und für den Wirtschaftsstandort? Dass wir aus dieser Abhängigkeit von Russland raus müssen, ist ja völlig klar. Die Frage ist nur, wie? Ich verstehe den Ex-Bundespräsidenten wirklich nicht. Das zeigt nur, dass er offensichtlich von wirtschaftlichen Zusammenhängen nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat. Denn es geht nicht nur darum, mit einem Pullover etwas weniger Wärme zu Hause zu haben oder dass man sich einen Mantel ansieht oder so. Das ist völliger Unsinn. Sondern es geht um die Frage, wie kann die deutsche, die österreichische, die tschechische, slowakische und die Industrien Oberitalien, also unsere Industrien, die sehr energieintensiv sind, wie könnte überhaupt überleben? Und wenn wir von heute auf morgen aussteigen würden, dann wäre das ein Desaster für die Wirtschaft in den Ländern, wie ich es eben genannt habe. Und vor allem, wir würden uns selbst schwächen. Derjenige, der stark sein muss, der auch mithelfen muss, dass dieser unsägliche Krieg in der Ukraine beendet wird, ist natürlich Deutschland als stärkste Wirtschaftsmacht in Europa. Und wir können uns doch nicht künstlich schädigen, auch wenn diese Monostruktur im Hinblick auf die Energielieferung und vor allem die Gaslieferung alles andere als erfreulich ist. Das ist eine Katastrophe. Also brauchen wir Alternativen und einen vernünftigen Plan. Aber ad hoc, mit ad hoc hat Deutschland nicht nur gute Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel der Ausstieg aus der Atomenergie. Kommen wir zu den Alternativen, Herr Lutz. Atom, die Kernenergie, wie man heutzutage sagt, wäre eine Alternative. Wie ist die Position des Vorsitzenden, der Vorsitzenden dabei war? Geht dazu? Also wir sind ja einer der größten RE, also Renewable Energy Konzerne mittlerweile, der Welt. In Europa sind wir Marktführer. Also wie ist die Position? Ich glaube, wir brauchen Brückentechnologien, und wir brauchen eine Brücke, um aus diesem Desaster rauszukommen. Ich plädiere dafür, dass die Atomkraftwerke, die drei, die noch laufen, weiterlaufen können. Das ist aber nicht so einfach, sowohl operativ als auch rechtlich. Das weiß ich. Dennoch, die Forderung liegt auch als IHK auf dem Tisch. Zweitens, die Kohlekraftwerke müssen weiterlaufen. Das wird vielen nicht gefallen. Und wir müssen so schnell wie nur irgendwie möglich die Terminals für LNG ausbauen, damit wir dieses Flüssiggas vor allem auch aus den USA und Katar bekommen. Das sind natürlich alles keine idealen Lösungen. Parallel dazu muss der Sektor erneuerbare Energie, also Wind- und Solarkraftwerke, massiv ausgebaut werden. Dazu fordern wir eine Verschlankung der ganzen Genehmigungsprozesse. Es muss schneller gehen. Es ist ja ein Unding, dass so ein Windpark steht, dass das fünf bis acht Jahre dauert. Und wir müssen auch die Rechtsmittel ein Stück weit verkürzen, den Weg dazu ein Stück weit verkürzen, damit wir diese Themen in den Griff bekommen. Ansonsten prophezeie ich eine Entindustrialisierung von Europa und vor allem von Deutschland. Und das kann keiner wollen. Ich würde gerne noch auf den Punkt des Flüssiggases und der Terminals, also der Häfen, um Flüssiggas sozusagen zu den Kunden zu bringen. Wie schnell kann denn solche Flüssiggasterminals gebaut werden? Wie schnell kann man tatsächlich den Ersatz finden für der sussische Gas, das ja bekanntlich durch die Ostsee bzw. durch die Ukraine kommt? Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es hängt wieder von Genehmigungsverfahren, Verwaltungsverfahren und Rechtsmittel von Umweltgruppen zum Beispiel dagegen ab. Man spricht von drei bis vier Jahren und in der Zwischenzeit brauchen wir die entsprechende Energie. Sonst haben wir ein Wärmeproblem. Vielleicht können wir das gerade noch so im gaukschen Sinne irgendwie hinbekommen. Aber die Industrie wird massiv darunter leiden und da erwarte ich und befürchte ich soziale Verwerfungen, Arbeitslosigkeit und ähnliches. Also so einfach und so schnell, wie das viele wollen, geht es leider nicht. Trotzdem, wir müssen richtig Gas geben, in Anführungszeichen, um unsere Ziele zu erreichen. Bleiben wir noch vom Wirtschaftsstandort. Der Wirtschaftsstandort steht unter Druck. Klar, der Ukraine kriegt die große Energiefrage und natürlich damit verbunden. Wir sehen Inflationsraten, wie wir sie seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen haben. Sieben Prozent plus X. Die USA bewegt sich in einem ähnlichen Umfeld. Was heißt diese Inflation für ihr Unternehmen, aber auch nochmal für den Standort Oberbayern angesichts der massiven Preisentwicklungen der vergangenen Wochen und Monate? Okay. Zunächst ist festzuhalten, die EZB hat sich wieder markiert, Frau Lagarde und Schnabel, wie sie alle heißen. Ja, regt mich auf. Die kommen und sagen, die Inflation ist nur temporär. Mittlerweile ist die Quote sehr, sehr hoch. Wir sind bei über sieben Prozent. Ich rechne mit mehr als zehn Prozent. All diese Vorhersagen, auch von Ökonomen, sind nicht wirklich immer zutreffend. Und deswegen müssen wir als Wirtschaft unser Schicksal auch wirklich in die eigenen Hände nehmen. Das bedeutet, dass wir von der Preiserhöhung einen Großteil natürlich weitergeben an den Kunden. Am Ende wird der Endverbraucher, wir alle, werden die Preise zahlen müssen, vor allem im Nahrungsmittelsektor. Und da erwarte ich weiter steigende Preise. Wenn ich es vergleiche mit 20... In welchem Korridor? Dann auch in dem Korridor, sagen wir mal, fünf bis zehn Prozent oder sogar darüber hinaus? Sicher darüber hinaus. Ich denke, wir sind bei einigen Warengruppen schon weit über zehn Prozent. Jetzt ist immer die Frage, von wo an rechne ich... Welche Warengruppen sind das? Also Grundnahrungsmittel meine ich natürlich damit. Dann die Energiekosten, das ist eh klar, die sind gewaltig. In die Höhe, Geschnelltransport, Logistikkosten, all diese Dinge. Aber die werden ja umgewetzt auf den Verbraucher. Ich gehe im Nahrungsbereich davon aus, dass wir zwar keine Hungerkatastrophe hier haben werden, in Europa und nicht in Deutschland. Wir sind zumindest bis zum ersten Quartal 2023 auf der sicheren Seite. Die Preise werden aber weiter steigen. Und wenn ich 2020 mit 2021 jetzt vergleiche, dann ist ein Preisanstieg insgesamt von 30 Prozent durchaus im Bereich des Möglichen. Wie sollte dann die EZB, über die Sie sich ja in der Vergangenheit häufig geärgert haben, reagieren mit Zinserhöhungen? Was würden Sie den Frankfurter Notenbanken empfehlen? Das ist schwierig, hier eine Empfehlung abzugeben. Ich möchte nicht in der Haut von Frau Lagarde und dem Direktoriumsmitglied haben. Das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises. Es ist so, weil wir in Südeuropa verschuldete Staaten haben. Jede Zinserhöhung führt dazu, dass die Schulden natürlich teurer werden. Das muss irgendjemand bezahlen. Ich fürchte, dass wir über die Inflation und auch über veränderte politische Ideologien und Interessenlagen eine Vergemeinschaftung der Schulden am Ende haben werden. Das wird dann irgendwann den Eurobond bekommen. Aber das heißt nicht automatisch, dass die Schuldenlast sinkt. Nichtsdestotrotz, die Inflation zum jetzigen Zeitpunkt ist natürlich, wenn ich an die erhöhten Steuereinnahmen des Bundes zum Beispiel denke, Stichwort Mehrwertsteuer, ist natürlich auch ein Stück weit Entschuldungspolitik für die Regierung. Und deswegen ist sowohl Herr Lindner als auch Herr Bundeskanzler Scholz und andere Amtsträger, die sind ja verdächtig ruhig zu diesem Thema. Bleiben wir bei den Zahlen und kommen wir zu Ihren Unternehmen. Ihr Unternehmen ist 2021 um knapp ein Fünftel bei dem Umsatz gewachsen auf knapp 20 Milliarden Euro. Wie sind die Aussichten für die Beiwahr angesichts dieses Umfelds, wie Sie beschrieben haben? Also ein Kernthema, wie für viele andere Unternehmen auch, ist das Problem der Logistik, der Supply Chain, die Kosten, die damit verbunden sind. Was momentan nicht gut ist, ist, dass der Hafen von Shanghai deswegen gesperrt ist, weil wir diesen Lockdown wegen Corona haben. Die Kritik an Präsident Xi wächst ja auch gewaltig, aber das wird Auswirkungen auf die Logistik haben. Momentan sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir werden ein gutes erstes Quartal 2022 haben. Was nächstes Jahr sein wird, ehrlich, ich kann es nicht wirklich vernünftig sagen. Ich gehe davon aus, da wir halt ein sehr grüner Konzern sind, da wir sehr stark investiert sind im Bereich erneuerbare Energien, wird auch die Aussicht für die nächsten Jahre positiv sein. Stichwort Lieferengbässe. Bekanntlich sind ja die Immobilienpreise mittlerweile in astronomischen Höhen, die Baurohstoffpreise steigen. Erwarten Sie eine weitere Preissteigerung aufgrund dieser unterbrochenen Lieferketten, Sie haben zum Beispiel von Shanghai beschrieben? Ja, momentan sehen wir eher eine Stabilisierung und auch eine, also Stagnation ist zu viel gesagt, aber es ist nicht mehr ganz so wild. Wenn jetzt eine Zinserhöhung von der EZB käme, dann ist das natürlich für die Häuslebauer und für die, die in Wohnungen und Sanieren und so weiter investieren, ist das nicht ganz einfach. Das heißt, es wird alles noch teurer werden, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist die Geschäftsentwicklung sehr positiv. Ich kann derzeit nicht klagen, fürchte aber, dass am Horizont auch wirklich dunkle Wolken aufziehen werden. Sie geben Ende nächsten Jahres den Vorstandsvorsitz ab. An der Spitze der Bayver, was wünschen Sie sich für das Unternehmen, das Sie seit vielen Jahren führen, was wünschen Sie sich für Deutschland und Europa? Also erstens für die Bayver wünsche ich nur das Beste. Ich bleibe bei dem Haus verbunden. Ich bin ja designiert oder geplant, in den Aufsichtsrat einzuziehen und dann den Vorsitz zu übernehmen. Das wird im Mai stattfinden, nächsten Jahres. Also da bin ich sehr positiv und auch das Management, das wir haben, ist sehr hervorragend. Und für Deutschland und Europa? Für Deutschland und Europa erhoffe ich mir eine größere Geschlossenheit. Ich hoffe, dass das Deutschland-Bashing aufhört, das wir die letzten Tage hier erleben. Das Deutschland-Bashing von der ukrainischen Seite oder von der französischen? Von der europäischen, von Französ. Wenn ich zum Beispiel höre, dass François Hollande, der frühere Präsident, der ja nicht gerade von Brillanz sozusagen gesegnet war, dass dieser Mann sich hinstellt in der Öffentlichkeit und sagt, da muss halt Deutschland ein bisschen frieren, wenn sie die Gaslieferungen aus Russland abstellen. Ich meine, da fehlen mir die Worte. Und ich will das auch nicht weiter kommentieren. Das spricht ja für sich selber, wie wenig qualifiziert dieser Mann ist. Wenn ich aber auch lese, dass mittlerweile Zeitungen, ganz konkret eine, gestern in UK gefordert hat, Sanktionen gegen Deutschland zu definieren, weil wir keine schweren Waffen, was immer das auch ist, an die Ukraine liefern, dann hört der Spaß langsam auf. Da sehe ich dann nicht die große Geschlossenheit und Einigkeit der Europäer, die aber wünschenswert ist. Wir brauchen eine stärkere europäische Integration. Ich weiß aber, dass das wahrscheinlich ein eher Wunschdenken bleiben wird in den nächsten Jahren, weil das alles ja einstimmig in den Vertragsverhandlungen dann definiert werden müsste. Insofern, ich halte die Daumen, dass wir nicht eine Venezialisierung erleben. Damit meine ich, dass künftig, wenn der schreckliche Krieg vorbei ist und sich die Lage wieder stabilisiert, dass Asiaten, Amerikaner und Südamerikaner, also die ganze Welt zu uns kommen, um zu schauen, wie es früher mal schön war. Ich danke sehr, sehr herzlich für den Besuch bei European TV und wünsche viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Dankeschön. Vielen Dank.